Hallo, wir kommen heute endlich zu der Verlosung von der EcoFlora Reward 2. Es tut uns wirklich leid, dass es so lange gedauert hat. Aber es war zeitlich überhaupt nicht nötig. Ja, wir dachten eigentlich machen sie im Urlaub, aber irgendwie hat es dann auch nicht passt und da habe ich mir das mal angeschaut, wieviel da teilgenommen haben. Und ich habe da ganz schön lang, also ich habe das manuell per Hand gemacht, für jeden Zettelchen geschrieben. Das war echt mühsam. Ich wollte das ja digital machen, aber meine Frau meinte, sie müsste das lieber analog machen. Ja, ich habe gedacht, dass alles eine Richtigkeit hat und dann sich keiner irgendwie benachteiligt fühlt. Ich habe für jeden Zettel geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie lang da dran gesessen, allein zum Schreiben. Das hat sie aber schon im Urlaub gemacht, die Zettel. Geschrieben habe ich das im Urlaub, genau, die Zettel. Und das war es dann auch. Und heute habe ich dann endlich mal die Zettel gefalten und habe gesagt, jetzt machen wir das endlich mal, weil sonst, ja, also sorry noch mal gut. Also das ist das gute Stück. Das habt ihr schon gesehen. Alle, die mitgemacht haben, die wissen ja, bei welcher Verlosung sie teilgenommen haben, bei der Power Station hier. Genau, es ist alles dabei. Kabel zum Aufladen, das 12-Volt-Anschlusskabel, Anleitung. Soll ich mal anfangen? So, dann holen wir mal das, dann holen wir die Papierschnipsel her. Jetzt habe ich die Schüssel, ja. Das war die größte, die wir hier im Wohnmobil haben. Dann rühren wir mal um. Jetzt kann ich die ja gar nicht umrühren. Ich habe gedacht, das ist ja alles, dann machen wir das mal so. Also ihr seht schon, es waren doch einige, die da mich gemacht haben. Ich habe da echt eine Weile getrieben. Und dann darf ich jetzt den Glücksengel hier spielen. Und ich schaue auch dann mal weg, ne? Da sind keine Nieden drin. Das sind alles echte Zettel. Also, ich nehme mal einmal ein Fenster unten hier. Oder da, oder da, oder da. Meist mich so recht. Ich habe eine. Soll ich so ein bisschen Wasser drüber laufen lassen? Hat nur einer? Ja, hat nur einer, ne? Okay. Der Wenner ist? Der Jopa. Also, herzlichen Glückwunsch. Der Jopa. Wir werden, ich werde den Kommentar raussuchen und werde den Kommentar an dieser Stelle auch einblenden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Bitte schreib uns deine komplette Adresse. Per E-Mail. Per E-Mail an womiesblog.at.online.de. Und, ähm, ja, genau, komplette Adresse. E-Mail-Adresse habe ich ja dann sowieso, wenn ich eine E-Mail bekomme. Genau. Damit wir dir das gute Stück hier auch zuschenken können. Ja? Genau. So. Wird dann auch zeitnah passieren. Wir bitten, also, weil, ja, innerhalb von sieben Tage bitte die E-Mail zu kommen lassen. Das wäre klasse. Ansonsten müssen wir es leider noch mal verlosen. Ja, also. Gut. Alle anderen tut mir leid. Aber kann ja halt immer nur einer gewinnen, ne? Gott sei Dank haben sie auch viel mitgemacht. Ja, ich habe da wirklich, ich habe es jetzt gar nicht gezählt. Ich weiß nicht. Das waren sehr, sehr viele. Also, Dankeschön. Also. An dieser Stelle war es das auch von uns schon. Wir werden vielleicht am Wochenende zum Bombachsee fahren, aber das Wetter soll nicht so mitspielen. Schauen wir mal. Dann wird es wohl nichts werden. Dann wird es gegänzelt. Und ansonsten sehen wir uns dann vielleicht im Sommerurlaub. Mhm. Richtig. Am August. Ja. Also. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Video. Ja. Tschüss. Tschau.